Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion.de 2 im Erangelisten Modus Blade ist wieder dabei, wir spielen zu zweit Was haben wir gefallen? Das haben wir Wollen wir die Masken mitnehmen oder nicht? Magischer Schaden ist nicht so gut dabei, deswegen nehme ich die Eindringlinge mit Ich glaube wir machen mal den Berserker Start Bisschen weiter hinten Dass ich dann vorne noch genug aufbauen kann für den Nimbus und den Starcaller Fernkämpfer sollten wir immer ein bisschen weiter vorne hinstellen Ja, das ist gut Einfach damit die schon schießen können Hat nichts geschickt bekommen Aber hier ist auch durch Ich werde das auch durch Enkel und ich werde das auch in der Dich Ich werde das auch in der Das ist wirklich Voll Höö Und ich werde das auch in der was haben wir denn investieren titan auch nicht schlecht und retter falls die kacke an dampfen ist er hat die wurzelqualle und die honigblume können uns mitmachen können dann auch einen split machen ja ist ein bisschen zu nah dran kettenfaust da kann ich mit dem robo vielleicht punkten ich mache es so Da können wir nämlich noch einen Blocker pushen. Ah, Kasket. Zweiten Robo noch mit rein. Und dann schauen wir mal. Gargoyle, okay. Gargoyle weg. Ah, die Blume hat echt lange gelebt. Das wird nichts. Aber es ist gut runter reduziert. Könnte vielleicht noch zum King kommen. Schauen wir mal. Ja, sehr gut. Okay. Wir könnten auf 6 oder auf 7 gehen. Auf 6 wäre gut, ne? Auf 6 ist immer gut. Ich musste erst mal rüber nach oben. Machen wir den Hör mit rein. Komm, das ist ganz wichtig. Genauso machen wir das. Mehr kriege ich nicht raus. Das sollte an sich nicht das Problem sein. Komm, den Kopf da. Ja, es war ein bisschen schade wegen dem was die angegriffen haben. Mein Hermit hätte den Windfalken die Bahn greifen sollen. Als die Ketten fahre aus. Die hatte dann volle Power die ganze Zeit über. Wir sollten mal ein bisschen aufwerten. wahrscheinlich ich habe viel leichtere Verteidigung. Also werden Stichwaves ziemlich brutal. Ich muss dann mit den Torwächtern kontouren. Ich muss dann mit den Torwächtern kontouren. Ich finde die Torwächter auch gar nicht verkehrt. Weil die auch mal wieder neu spawnen wie die Graplords oder Förstes Tode oder so. Also wenn er jetzt immer noch auf dem Wert bleibt weil er verkackt dann hat er 4 Star. Er hat 4 Star. Bin ich davon überzeugt. Wir müssen wir müssen dick sammeln. Gehen wir auf 10. Nimm den Nimbus mit. 200, ey. Das gibt auf die Fresse. Spawn. Jawoll. Ja, das werde ich nicht schaffen. War es nicht so wild. Wir werden einen Vor-Eis schicken. Der hat 4 Star. Der verkackt zu viel und ist trotzdem oben dabei. Noch ein Berserker. Das können wir noch reinschicken. Wir können noch ein bisschen Stich reinschicken. Können auch ein Blut reinschicken. Weil Vor-Eis macht schon gut Schaden. Wir haben auch noch ein Blut rein. Schon wieder 180. Hatten wir den Falken aufgewertet. Schade. Oh, die Schade hat uns nichts gebracht. Mini. Da haben wir so lange gesammelt. Mal ein Risiko. Und investieren. Die raus. Torwächter habe ich genug. So sieht es gut aus. Meiner hat ganz schön viel gebaut. Wir will ihn halt covern. Wir können auf 13 oder so nochmal probieren. Oder auf 12. Ja, 12 ist hier auch wieder kacke, ne? Der hat dann mega fett gemacht. Ähm. Hm. Können wir noch auf 14 gehen. Aber hat er so viel Block, ne? Wir sollten schon jetzt angreifen. Ich frage jetzt mit was. Also da muss er aufpassen, dass er ein Sardinenblatt kriegt. Geben wir auf 14. Dann schenke ich auch rein. Oder einen Pack Leader oder sowas. Oder die Dreieinigkeit. Können wir auch machen. Dreieinigkeit geht auch gut klar. Gerade wenn er eine Blume hat. Holy shit. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe gehalten. Junge. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin Gott. Dachs. Die waren wir später. Kriege ich noch einen Ogre. Hm. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht geht er noch mit raus. Komm schon. Daumen drücken. Ja. Er ging noch raus. Er ging noch raus. Wippel die weg. In die Fresse. In die Fresse. Sehr gut. Jetzt haben wir gut was rausgeholt. Trotzdem die schon mal platzieren. Wir könnten auf 16 nochmal gehen. Schrapplots geboren. Nummer 3 Hexen Hoffen, dass es langt Ne, wir machen das so Um die Blume auszuspielen Und den Treibachbogen schützen Und den Violetten Falken Sind beide drunter Der Weg ist auch nicht verkehrt Einer hat den gekillt Oh, holy shit Das ist wirklich fett Sehr gut Geile Geschichte So will man das doch sehen Nicht wahr? Das war eine weitere Runde Legion Schaut doch gerne beim letzten Video mit Blade vorbei Das war's für heute Entspannen Tag Mach's gut, bis zum nächsten Mal Ciao